Georg Herzog von Braunschweig und Lüneburg war Fürst von Kallenberg und ein General im Dreißigjährigen Krieg. Leben, Herzog Georg war der sechste von sieben Söhnen von Herzog Wilhelm dem D.J. von Braunschweig-Lüneburg und seiner Ehefrau Dorothea, einer Tochter König Christian III. von Dänemark. 1591 kam Herzog Georg an die Universität Jena und blieb dort bis 1596. 1690. Anschließend hielt er sich bis 1601 an verwandten und befreundeten Höfen in Ganzdeutschland auf. 1604 schloss er sich Prinz Moritz von Oranien an. 1608 unternahm Herzog Georg eine Studienreise nach Frankreich. In den Jahren 1609 bis 1611 hielt er sich in Italien auf. Nach seiner Rückkehr avancierte er im Dänisch-Schwedischen Krieg im Winter 1611 Zwölftel zum Obristen. Am 10. März 1617 bestätigte der Kaiser in Prag die Erbfolge der Lüneburgischen Linie im Fürstentum Grubenhagen. Nach der die Söhne von Wilhelm dem Jüngeren zwar ihrem Alter nach das Fürstentum übernehmen sollten, aber, um eine Erbteilung und damit den völligen finanziellen Ruin zu verhindern, nur einer von ihnen standesgemäß heiraten durften. Dabei fiel das Los auf Georg als Folge davon erhielt Herzog Georg das Schloss Herzberg und bestimmte es zu seiner Residenz. Noch im selben Jahr heiratete er am 14. Dezember Anna Eleonore von Hessen-Darmstadt. Bei der erster Sohn war der nachmalige Herzog Christian Ludwig von Braunschweig-Zelle. Aus Herzog Georgs Briefen ist zu erfahren, dass er mit seiner politischen Lage sehr unzufrieden war. Und so wechselte er zu König Gustav Adolf und nahm von ihm am 21. April 1631 ein schwedisches Generalspatent an. Dieses Patent war auf den 18. Oktober 1630 datiert. Nach dem Tod König Gustav Adolfs ließ sich Herzog Georg von Graf Axel Ochsenstierner die Führung des deutsch-schwedischen Heeres in Niedersachsen und Westfalen übertragen. Mit diesem Heer siegte er am 28. Juni 1633 bei Hessisch Oldendorf, zwang das kaiserlich besetzte Hameln zur Kapitulation und erreichte im Januar 1634 in Halberstadt die Unterstützung. des niedersächsischen Kreises, zu dessen General er auch ernannt wurde. Anlässlich dieser Ernennung wurde Herzog Georg zusammen mit Graf Axel Ochsenstierner in die fruchtbringende Gesellschaft aufgenommen. Fürst Ludwig I. von Anhalt Köthen verlieh ihm bei der Aufnahme den Gesellschaftsnamen der Fangende und die Devise dazu bereitet. Dieses findet sich mit dem ihm zugedachten Emblem Hanf und allerlei Fisch- und Vogelnetze. Im Köthener Gesellschaftsbuch unter der Nummer 231. Auch das Reimgesetz, mit dem sich Herzog Georg für die Aufnahme bedankte, ist verzeichnet. Mehr oder weniger durch seine Brüder beeinflusst, trat Herzog Georg am 31. August 1635 dem Pager Frieden bei und übernahm im Jahr darauf eine kleine unabhängige Armee. In der welfischen Erbteilung 1635 wurden ihm die Fürstentümer Kallenberg und Göttingen zugesprochen. Er wählte 1636 Hannover zur Residenz, erlebte den Umbau des ehemaligen Minoritenklosters an der Leine zum Residenzschloss aber nur wenige Jahre. Am 2. April 1641 starb Herzog Georg von Braunschweig und Lüneburg-Kallenberg im Alter von 59 Jahren in Hildesheim. Er wurde in der Fürstengruft in der Stadtkirche St. Marien in Celle beigesetzt. Nachkommen Georg heiratete 1617 Anna Eleonore von Hessen-Darmstadt. Christian Ludwig Rigg 1641 bis 48 in Hannover 1648 bis 65 in Celle. Georg Wilhelm Rigg 1648 bis 65 in Hannover 1665 bis 1705 in Celle. Johann Friedrich Rigg 1665 bis 79 in Hannover. Ernst August Rigg 1679 bis 98 in Hannover seit 1692 als Kurfürst Sophia Amalia verheiratet mit Friedrich III. König von Dänemark.